Bis maximal 20 Meter vorm Strafraum stehen und verteidigen, den Raum da extrem eng machen. Müller lahm. Klose! Wieder alles richtig gemacht und das erinnert so ein bisschen an die Spiele, die wir schon gesehen haben. Auch gegen die Ferrer mit unheimlich vielen Torschüssen. Aber dass sie eben in der Chancenverwertung nicht so diesen Zugriff haben. Pech hier für Klose mit diesem Pfosten.